Ist Domain-Driven-Design nur vernünftige Softwareentwicklung? Stellt sich erstmal die Frage, was ist Domain-Driven-Design? Auf taktischer Ebene geht es um Klassen, Services, Repositories oder so etwas. Auf strategischer Ebene geht es um grobgranulare Komponenten und um die Organisation. Dann gibt es kollaborative Modellierung, sowas wie Event-Storming beispielsweise. Und man kann argumentieren, dass DSLs auch in den Bereich von Domain-Driven-Design gehören, also Domain-Specific-Languages. Dann stellt sich die Frage, was ist denn vernünftige Softwareentwicklung? Ich glaube, dass Softwareentwicklung sich im Wesentlichen der Frage stellen muss, was eigentlich gebaut werden muss. Wir haben nicht wirklich technische Probleme. Wir müssen nicht die höchstmögliche Performance oder Skalierbarkeit herstellen, zumindest nicht bei meinen Kunden. Das heißt, wir haben nicht große technische Herausforderungen. Wir implementieren auch keine Algorithmen. Wir implementieren keine Sortierungsalgorithmen oder so etwas. Das heißt, es geht eigentlich darum, was wir bauen müssen. Und damit geht es darum, was die Fachlichkeiten sind. Also ist es im Kern Domain-Getrieben. Das ist genau das, was Domain-Driven-Design ja im Namen schon sagt. Und das bedeutet, dass wir dort durch zum Beispiel kollaborative Modellierung unterstützt werden. Und auch wenn es scheinbar keine fachlichen Ziele gibt, wenn ich also rein technisch etwas migrieren möchte, sie sind doch entscheidend. Denn wir sind Dienstleister für NutzerInnen. Das können wir versuchen zu ignorieren, aber dann wird es halt irgendwann ein Problem geben. Software ohne NutzerInnen ist sinnlos. Und Software, die keine Probleme für NutzerInnen löst, ist deswegen eben auch sinnlos. Das bedeutet also, wenn ich NutzerInnen zum Beispiel nicht kenne, habe ich ein Problem. Und auch wenn ich die Prioritäten nicht verstehe, das sind vielleicht nicht die NutzerInnen, die das mir sagen können, sondern vielleicht ManagerInnen, die wissen, was anders gemacht werden soll, wo der Business Case ist und auch dort muss ich ein Verständnis haben. Kann man jetzt sagen, naja, das ist die Aufgabe von einem Product Owner. Aber TechnikerInnen wie wir müssen an der Forschung der Domäne kollaborativ teilnehmen. Das ist genau die Grundlage von Domain-Driven-Design. Wir müssen verstehen, was wir bauen. Also Domain-Driven-Design ist insofern vernünftige Softwareentwicklung, als dass es eben fokussiert auf das Problem, was ist zu bauen. Verständnis für die Domäne ist dafür die Voraussetzung. So, dann ist die nächste Frage, was ist vernünftige Softwareentwicklung? Eine mögliche Antwort darauf ist, wir müssen eine Architektur aufbauen. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel sagen, die soll wiederverwendbar sein, die soll stabil sein, die soll Änderungen gut unterstützen. Das geht nur, wenn wir in die Zukunft blicken können. Wir können auch sagen, das sind die Daten, die wir verwalten müssen. Das ist aber zum einen schwierig, weil wir dann zu Abhängigkeitsschwerpunkten kommen, weil eben alle Funktionalitäten bestimmte Daten benötigen. Und zum anderen, weil wir dann eben nicht die Fachlichkeit unterstützen. Das sind ja nicht Daten, sondern es sind irgendwelche Dinge, irgendwelche Logik. Also wäre das auch ein komischer Fokus. Also müssen wir eigentlich auf diese Domäne fokussieren, wieder domaingetrieben vorgehen und versuchen, das vernünftig zu strukturieren. Also die Funktionalitäten in der Domäne zu strukturieren. Und das ist im Kern genau das, was wir mit Bauern im Kontext auf strategischer Ebene machen oder taktisch auf dieser Klassenebene. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Orientierungspunkt, denn ich erlebe sonst sehr konzeptlose Diskussionen, die halt sagen, naja, wenn wir das so machen, dann ist das richtig, aber man kann nicht genau sagen, weswegen. Und oft werden sogar Gründe angeführt, die ich für komisch halte, eben zum Beispiel Wiederverwendung oder Stabilität. Das sind nur dann wirklich Gründe, wenn wir in die Zukunft blicken können und wüssten, was in Zukunft passiert. Das wissen wir aber nicht. Und dadurch können wir eben nicht sagen, dass wir mit einer bestimmten Entscheidung Stabilität hinbekommen oder Wiederverwendbarkeit, weil das eben Dinge in Zukunft sind. Also hilft uns dort diese Orientierung in Bezug auf Domänen auch weiter. Und insbesondere eben diese Idee mit Bauern im Kontext und taktischem Design gibt uns eine konkrete Anleitung, wie wir Module umsetzen können. Das heißt also, wir können sagen, dass Domain-Domain-Domain-Design eigentlich nur vernünftige Softwareentwicklung ist. Hilft uns das irgendwie? Ja, Domain-Domain-Domain-Design ist kompliziert. Eriks Buch ist relativ dick. Wir arbeiten 20 Jahre an diesem Thema Erweiternis. Es gibt mittlerweile kollaborative Modellierungen. Es gibt DSLs. Es gibt andauernd was Neues. Aber die Frage ist, hilft das irgendwie? Und wenn wir jetzt diesen Kern benennen können, die Dinge, die wirklich relevant sind, dann sinkt die Barriere für eine Adaption. Ich muss nicht alles verstehen, sondern ich kann eben mich auf bestimmte Sachen fokussieren. Was ich zum Beispiel mit dem Architektur-Kickstart, den man ja buchen kann, auch aktiv unterstütze. Ein weiterer Vorteil ist, dass dieser Begriff Domain-Domain-Domain-Design einem vielleicht im Weg steht. Wenn man sich auf Domain-Domain-Domain-Design einfach so fokussiert, dann kann zum Beispiel passieren, dass man in der Software Services hat, Repositories hat, dass die Module Bauern und Kontext heißen, aber dass die Module Datencontainer sind. Dass keine NutzerInnen im Zugriff sind, dass wir nicht wissen, was NutzerInnen wirklich wollen und dass wir dadurch von den Anforderungen abgeschirmt sind. Und dann können wir nicht Domain-Getrieben arbeiten. Und das ist so ein Problem, was wir, glaube ich, sehr häufig haben, dass eben irgendwelche Begriffe da sind, Domain-Domain-Design beispielsweise, und dass dann die Essenz, der Geist, die wesentlichen Sachen nicht umgesetzt werden von dieser Idee, dass man dann eben in einer Beliebigkeit letztendlich landet. Also Zusammenfassung, durch Domain-Domain-Domain-Design fokussieren wir darauf, was gebaut werden soll. Das sagt der Name schon, es geht um die Domäne. Und das ist eine wichtige Grundlage für vernünftige Softwareentwicklung, eben die Fachlichkeit zu verstehen. Das ist das entscheidende Problem. Wir haben nicht technische Herausforderungen, wir müssen nicht das technisch krasseste System bauen, sondern wir müssen wissen, was wir bauen müssen. Wir haben ein Konzept für Modularisierung. Das ist die Grundlage für vernünftige Softwareentwicklung. Modularisierung ist der Kern dafür, und zwar auf grobgranularer Ebene, bauenden Kontext und auf dieser feingranularen Ebene, also taktisches Design. Vorteil in der Diskussion ist, wir können dadurch jetzt sagen, das ist die Basis von Domain-Domain-Design. Das sind die wesentlichen Dinge, auf die es ankommt. Obwohl es jetzt 20 Jahre sind oder komplexe Zusammenhänge gibt. Und wir vermeiden, dass wir Domain-Domain-Design zwar formal einführen, aber in Wirklichkeit doch den Kern nicht treffen. Mehr darüber erzähle ich dann im Stream. Da gibt es noch viele weitere Einsichten in dieses Thema. Vielen Dank.